So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Brotherhood. In der letzten Folge haben wir noch die restlichen Templar-Agenten-Missionen abgeschlossen und die Christina-Einnerung. Ja, da wurden wir zurechtgewiesen, zurecht zurechtgewiesen, dass wir Christina nie wieder aufsuchen sollen, da sie jetzt ihr eigenes Leben hat. Ich meine, zuletzt hatte sie Ezio vor 8 Jahren gesehen, da hatte sie in der Gasse geküsst und dann heiraten lassen. Das hat sich uns auch extrem angekreidet, kann ich absolut nachvollziehen, wäre ich ebenfalls sehr, sehr sauer, wenn dann auf jeden Fall wieder irgendeiner kommt und meint dann hier rumschmusen zu müssen. Und in der heutigen Folge werden wir uns bei der Liebesgilde erkundigen, ob die denn irgendwas Neues herausgefunden haben, was für uns interessant ist. Okay. Das Leckstopfen. Die Angreife eliminieren, damit sie nicht den Standort der Diebesgilde finden, danach Labol begleiten, um die anderen gefährdeten Diebe zu retten. Mindestens 5 Quadrate Gesundheitserzeige und Gesundheitserzeige verhalten. Lernen die eigentlich wie ein Adler zu schreien, damit die immer hier so rumschreien können, wenn die hier gerade von der Brüstung springen? Ist das so ein Muss? Oh, 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 oh. Ezio. Lust, dass er so leid fährt. Oh, ist auf ins Getümmel. Tada. Da ist er. So, wir können Labol per. Ich kann nicht glauben, dass Machiavelli ein Verräter ist. Der Angriff auf die Villa, dann das Castello und jetzt das. Er steckt hinter alledem. Ja, er macht sich schon ziemlich verdächtig, ne? In der ganzen Sache. Gehen wir bitte alle aus dem Weg. Und warum ich möchte auch so schnell reiten können wie du? Oder wie ihr, Labol per. Hilfe sicher brauchen. Aber wie? Was können wir tun? Na, ihr könnt mir gerne Geld geben, das können die für mich tun. Ich bin nämlich arm. Ich habe nur 74.093 Fluorin. Das ist nicht so viel. Schneller, schneller. Okay, wo müssen wir eigentlich hin, Labol per? Achso, wir sind die anderen Diebe. Hä, ich, ich, wo bin ich hin? Ich sehe mich nicht. Hey, kriegt das mal hin, meine Freunde. Die Personne. Was konntet ihr herausfinden? Pietro soll heute Abend ermordet werden. Cesare schickt seinen Metzger. Okay. Danke für die Information. Wohin jetzt, Labol per? Micheletto, der beste Mann in Roma. Niemand entkommt ihm. Bis heute Nacht. Kommt mit. Okay. Also wird die Sequenz höchstwahrscheinlich entweder um Machiavelli gehen oder um Pietro. Nur hin, müssen wir. Geradeaus. Ja, dann geht doch mal alle aus dem Weg, meine Güte. Ich meine, man hört doch die Pferde. Die sind ja nicht hier irgendwie Elektro-Ardus, die vorsichtig hier ganz... Ja, Wolpe. Geräuschlos irgendwie fahren, ne? Man hört ja die Hufe. Ja, aus dem Weg. Oh ja, Stark. Oh. Ah. Oh. Ich bin... 804. Oh. Ah. Oh. Huch! Habt ihr etwas über Pietro herausgefunden? Der Mann ist ein Schauspieler und er tritt heute Nacht noch auf! Okay. Dann weiter. Ich folge euch auf dem Fuße. Oder auf dem Hufen. Aber sind wir bald da, La Volpe? Sind wir bald fertig hier? Ich hab noch andere wichtige Sachen zu erledigen. Ich muss noch Rom aufbauen, damit ich mehr Geld aller 20 Minuten bekomme. Das ist auch sehr wichtig für mich. Ich hab meine Vida Mondarigioni verloren, dann muss ich ja hier irgendwie mal das kompensieren, diesen Verlust. Die Menschen müssen begreifen, dass sie aus dem Weg gehen sollen, wenn zwei Pferde angegaloppiert kommen. Aber sind denn das für Kisten, die, sobald sie runterfahren, kaputt gehen? Das ist ja vom billigsten Material hergestellt worden. Aus dem Weg! Ja, La Volpe könnt ihr... Wohin denn jetzt? Dahin. Gut. Sind wir bald da? Ja, La Volpe, sind wir bald da? Ich meine, ich mag es gern mit euch auszureiten. Aber, ja. Wer denn? Da. Ich hab den gefunden. Ergreif den, Bastard! Hey! So, wo sind sie hier? So. Wo ist mein anderer Freund da? Ja. Boom. Ich bin nicht gebrochen. Was habt ihr über Pietro erfahren? Er soll an ein Kreuz gehängt werden. Micheletto nimmt sich ihn mit dem Speer vor. Okay. Ach da. Wo ist Pietro? Das weiß ich nicht. Aber Micheletto wartet am Statttor im Osten der Terme di Traiano. Er will seine Männer verkleiden, damit der Mord wie ein Unfall aussieht. Er führt mich zu Lucretias Liebhaber. Ezio. Machiavelli hat uns betrogen. Wir mögen es beide nicht glauben, doch jetzt ist es offenbar. Tut, was getan werden muss. Tut ihr es nicht, dann ich. Aber lass mich erstmal Pietro hier befreien. Ohne Volpes Diebe brauche ich vielleicht meine Rekruten. Die Zweitbesetzung rufen. Micheletto oder Micheletto zur Aufführung folgen. Bei der Verfolgung einen Weg finden, wie die Assassiner Rekruten das Stück infiltrieren können. Okay, die Assassiner Rekruten einzeln, um die Ziele zu eliminieren. Ja, ist ein leichtes. Das krieg ich hin. Das ist sehr entspannt. Das ist wirklich sehr entspannt. Ich habe sogar alle wieder an Bord. Bitte, ich habe nichts getan. Francesco Trorque, lieber Freund. Würde ich euch anlügen. Ihr gabt eurem Bruder meine Kriegspläne in der Romagna-Preis. Und dieser informierte den Botschafter Venezias. Es war ein Unfall. Ich bin doch euer Diener und Freund. Verlangt ihr etwa, dass ich eure Taten vergesse und auf eure Freundschaft baue? Ich bitte nur. Ich verlange nichts. Um Italien zu vereinen, muss sich jede Institution kontrollieren. Und wenn die Kirche aus der Reihe tanzt, werde ich sie komplett vernichten. Ihr wisst, dass ich für euch arbeite, nicht den Papst. Ah, tue ich das, Trorque. Es gibt nur einen Weg, den letzten Zweifel zu beseitigen. Wollt ihr mich etwa töten? Euren treuesten Freund? Natürlich nicht. Dann lasst ihr mich gehen? Hab Dank, Cesare. Das werdet ihr nicht. Wache! Gebt Micheletto die Kostüme für das Spiel. Lucrezia gehört mir. Niemand sonst darf sie haben. Stellt doppelt sicher, dass es richtig getan wird. Ich gehorche, Cesare. Oh ja. Werft Francescos Leiche in den Tevere. Aber der hätte doch länger zudrücken müssen, damit er dann... Stopp. Micheletto Corella. Geburtsjahr 1470, Beruf Henker. Micheletto war die rechte Hand eines der berüchtigsten Killer der Geschichte und vergewöhnlich das letzte, was Cesares Opfer zu Gesicht bekam. Dieser sozusagen todbringende Import aus Valencia in Spanien wuchs mit Cesare zusammen auf. Er war etwas älter und steht sein Beschützer. Er war nicht nur Cesares persönlicher Henker, sondern auch Condottiere, der dessen Armee führte. Einmal war er auch Stadthalter von Piombino. Es ist vielleicht einfacher, das geplant zu lassen, lediglich seine bekannten Morde aufzusehen. Giulio Cesare da Varano, Lord von Camerio und drei seiner Söhne. Alfonso von Aragon, Herzog von Bisquilidi und Lucrezia zweiter Ehemann. Oliverotto de Fermo und Vitellozio Vitelli zeitgleich erwürgt. Ostore, Manfredi, Lord von Faneza, Francesco Troche, der päpstliche Sekretär. Und es gab noch viele mehr, die ja nicht erwähnt werden. Micheletto war dafür bekannt, seine Opfer still und heimlich zu schrangulieren und sich ihrer Leichen anschließend zu entledigen. Cooler Mann! Und noch Francesco Troche, Geburtstag 1450, beruf Cameroy und Sekretär des Papsts. Francesco, Senator Egidio Troches jüngerer Bruder, arbeitete für den Vatikan und war ein enger Vertrauter des Papstes. Unter anderem bespitzelte er Lucrezia bei ihrem Aufenthalt in ländlichen Gefilden wurde an den französischen Hof geschickt, um König Ludwig unter Druck zu setzen, ihre Ehe mit Alfonso d'Este zu begünstigen. Der Glücksbilder als Alfonso Ehemann Nummer 3 schaffte es nicht getötet oder gedemütigt zu werden, so wie es Lucrezia als Ex-Männern wieder erfahren war. Cesare mundete Francesco im Jahre 1502 nach Frankreich zu reisen, um Ludwig zu überzeugen, der auch sie in die Familie seine Gunst zu entzielen. Danach scheinen sie ein kleines Zerwürfens gehabt zu haben. Als seine Häuptchen suchte Cesare den adeligen Jacopo di Santa Croce heim und tötete ihn in unerkennbaren Grund, nachdem Micheletto Francesco stranguliert hatte. Als Francescos Leichtum im Tiberschwamm verfasste Cesare eine Erklärung und verlangte seine Verhaftung. Er behauptete, er sei aus Rom geflohen, ein früher Verhalt des gerissenes Politikers, der sich eine hübsche Geschichte für die Presse ausdenkt. So, verfolgen wir ihm jetzt mal zur Aufführung und hoffen einfach mal, dass es relativ schnell geht. Aber, ich glaube, das dürfte nicht allzu weit sein. Ja, also das mit den Kisten rum, musst du auch Versorgungsengpässe haben, die niemals aufhören, wenn die immer alle ihre Kisten so fallen lassen. Wir müssen eine hohe Nachfrage von Äpfeln, von rosa Schirmen haben. Also, die Wirtschaft muss eigentlich blenden. Ja, Äpfel, die werden einfach liegen gelassen. Drei Sekunden Regel hebt man wieder auf, pustet den Dreck ein bisschen weg und dann kann man es weiter essen. Hehehehe Hoi! Heyy! Oh. Ups. Na los. Ja. Dankeschön. Lass mich in Ruhe. Toll. Warum die Ziele? Ich bin so doof. Wie dumm willst du sein? Ja. Da kommst du echt cool gewesen, wenn ich jetzt hier im Sprung im Sattel gelandet wäre. So. Es ist noch die Frage, wie viele Kostüme benötigen wir? Ja, komm. Lauf mal ein bisschen schneller mit deinem Pferd. Es gibt auch noch Menschen in Ruhe, die wichtigere Sachen zu tun haben. Wir müssen uns überlegen, wie wir diese Bastarde treffen können. Ja. Ja. Dann überlegt euch mal was Schönes. Das ist eigentlich total dumm. Ich hätte meinen Associnen einsetzen können, weil jetzt hätte man genug Zeit wieder gehabt. Wo ist denn der? Ach, der reiht ein bisschen schneller. Ne? Oh, ich hole. What? Ich wäre jetzt ja beinahe wieder hier in die Hose gegangen. Ja, nein, hier vielleicht wie nur. Aber ich weiß gar nicht, ob wir auch den Migretto im Endeffekt eliminieren. Oder ob der am Leben bleibt. So. Entschuldigung. Müssen wir nur gucken. Ja, die rennen mit ihren Pferden einfach rein. Alles klar. Ich bin nur zu besuchen. Ich weiß nicht, was ich mache. Ihr macht das schon. Hui. Da ist er. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Das ist für dich. Er kommt mir bekannt vor. Hallo. Wo ist der? Nein, ich muss ihm verfolgen. Hallo. Ihr könnt ruhig weitergehen. Hier ist niemand, der euch verfolgt und eventuell euch eliminieren möchte. Ihr seid einfach nur paranoid. Hier ist er wieder munter. Nach vorne. Aber dass sie einfach nicht mal irgendwie ein bisschen nachdenken. Die verlassen einen Ort und die Hälfte der Leute, die sie beschützen sollen, sind tot. Das würde mich auch ein bisschen nachdenklich machen. Als erfahrener Henker. Und vor allen Dingen, wenn die Bedrohung, dass sie ihnen direkt in Rom schon stationiert ist. Aber dass niemand zu Cesar sagt, ach übrigens, die Bordstadt-Türme wurden abgefackelt. Die haben gar keinen Einfluss mehr in Rom. Und es gibt irgend so einen weißen Heini, der hier die ganzen Läden wieder aufbaut. Das ist dann nicht mal irgendwie, die sind doch alle so kompetent und toll. Aber da scheint es dann wieder zu zweifeln. Ja, kommt hier mal. Nur einer. Das sind zwei. Er hatte nur einen Satz, den er einsprechen musste. Ah! Halt einen Moment, Betriebe. Tausend, das zwei Freund. Bleibt standhaft. Ja, danke. Gleich war es. Jetzt muss ich in unserer Aufführung folgen. Okay, aber dies war zu Fuß. Alles klar. Jetzt geht es doch bestimmt nochmal um. Ich suche Pietro. Ich suche Pietro. Auf der Bühne, Signore. Einer meiner Männer führt euch hin. Nicht vergessen. Ich trage das schwarze Wams. Schützt mich und wartet, bis Pilatus nach dem Centurio ruft. Ich muss vor ihm zu Pietro gelangen. Hm, wie machen wir das nur? Aha. Alles klar. Abgang, Bühne rechts, unbemerkt ins Kolosseum eindringen und in den Schauspiel der Pietro finden und retten, bevor er vor mich mit Keletto umgebracht wird. Niemand außer den Schützen töten. Jetzt schaffe ich es sowieso nicht. Aber ich würde sagen, das machen wir alles in der nächsten Folge, weil sonst würde es alles zu lange dauern. Ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden. Ja, ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen.